grüß euch freunde heute gibt es wieder ein test video von mir bei dem es sich um den artikel cyborg handelt das ist eine neuheit 2018 lidl discounter für 1190 21 schuss kick mit einem kaliber von 25 und 727 gramm neem ich sag mal so vom effekt her ganz interessant ist schwer manchmal auch mit der kamera einzufangen aber man kann es erkennen gleich im anschließt seht ihr das testvideo ist eine gute batterie zum aufwärmen kann man sich mal geben ist aber jetzt auch kein must have artikel muss ich ganz ehrlich sagen aber schaut mal selber und bewertet gerne cyborg so 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 so